Das Wort des Tages Der Frühling Wann beginnt der Frühling? 2020 beginnt er am 20. März. Beginnen Anfangen Starten Die Tage werden immer länger und die Sonne scheint. Die Blumen fangen an zu blühen. Jean-Paul, der im Bayreuth lebte, sagte, das Schöne am Frühling ist, dass er immer gerade kommt, wenn man ihn braucht. Und deswegen werden wir aktiv und genießen diese Zeit. Danke. Danke. Danke.